Ich bin der Meinung, ich bin damals tatsächlich da rübergekommen. Und dann konnten wir nämlich da oben langcrinden. Bin ich echt der Meinung, dass wir so irgendwie rüber. Aber vielleicht sind wir ja, Step-Punkt-technisch ja noch einfach nicht gut genug. Können wir uns ein bisschen auf Geschwindigkeit... Können wir uns noch den Olli rausholen? Jetzt sowieso, jetzt können wir hier sowieso ziemlich viel... Hang-Time, das ist all das, was mich... Man sieht, man sieht, was ich am meisten spiele. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Spezial-Gieber. Ich komme nicht hoch. War klar. Ich habe es kommen sehen. Ich bin der Meinung, das klingt so. Ich bin der Meinung, das klingt so. Ah, warum hat denn der sich da noch mal rein? Okay, jetzt hingen wir... Wer hängt schon mal an der Lampe? Das ist schon mal was. Das ist schon mal mehr als was wir sonst. Wer hängt schon mal an der Lampe? Jetzt müssen wir nur von der Lampe irgendwie da noch höher kommen. Oh Gott, der hing an der Lampe. Der hing an der Lampe. Ich komme da nicht hoch. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das auf die Lampe, ja. Wir versuchen mal über die Lampe da vielleicht. Ja, wir sind drauf. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind in die andere Richtung. Warum hast du mich, du Typ? Warum hast du mich? Was habe ich dir getan? Warum... Warum grindet er plötzlich in die andere Richtung? Warum macht er das? Das ist das Einzige, was wir können. Wir hätten es fast geschafft. Wir hätten es fast geschafft. Jetzt sind sogar Platz 3 geworden. Oh, jetzt will ich es aber... Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Wir brauchen Spezial dafür. Wenn wir nicht Spezial sind, dann schaffen wir es auch nicht. Jetzt will ich es in die falsche Richtung. Ne? Nein! Aber wir haben den Standpunkt. Nice! Okay. Das langt mir schon. Langt mir schon. Das langt mir schon. Wir haben den Standpunkt. Das andere Ding brauche ich nicht. Okay, wir sind Platz 8. Danke. Aber wir haben es geschafft. Das ist schon sehr nice. So. Jetzt haben wir noch... Äh... Standpunkte im... Äh... Da muss ich auch noch mal gucken. Naja, der hat ja die Dachgap da gezeigt. Aber ich weiß nicht, was sonst noch Dachgaps sind. Da haben wir auch noch kein Profi oder Sixscore geschafft. Er kann ja mit dran arbeiten, weißt du. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, da hat dieser eine Sprung. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo noch mehr ist. Ich sammle gerade Punkte. Sieht man. Dann wird es aber auch verstanden. Der hat mich erschreckt. Ich weiß gar nicht, wo man hier am besten Punkte sammeln kann. Ehrlich gesagt. Das war nie so mein Level gewesen. Verdammte Highschooligans. Der hat uns angefahren. Außerdem suchen wir noch Statpunkte. Da ist ein Statpunkt. Wah! Das Move, Junge! Ich mag diese Technik. Oh, die nicht. Die mag ich nicht. Die ist scheiße. Bis halt am Ende nochmal stürzen, weißt du. Da unten ist ein Statpunkt. Da oben ist ein Statpunkt. Das wollten wir wohl scheinbar nicht haben. Da drüben ist ein Statpunkt. Okay. Ich weiß, wo alle Statpunkte sind. Das ist sehr, sehr, sehr von Vorteil. Es gab nicht nur mehr Dachgap. Okay. Okay. Meine Dachgap abgeschüttet. Wobei ist der andere Statpunkt? Aber gibt es ja keine Punkte. Okay. Was sind eigentlich 90 und 175.000? Aber wir haben schon mal, ne? Drei, äh, vier weitere Statpunkte. Das ist echt nice. Hey, Balance, Switches, Spin, kriege ich noch zwei. Wir müssen auch mal eigentlich, naja, Flipgeschwindigkeit ein bisschen. Wir müssen mehr flippen können. Da können wir nämlich richtig ausflippen. Hier waren nur 9.000 Punkte. Das ist nicht viel. Hier hast du den Airwalk. Hier hast du mal einen Sturz. Schilde haben wir. So, irgendwo da hinten war. Den machen wir fertig. Das ist eigentlich echt geil, um Punkte zu sammeln, oder? Oh, ich hab Angst vor denen. Weil die war ein Auto. Da konnten wir auch noch rein, ne? So, wir haben den Statpunkt. Hier konnten wir auch noch rein. Den sind nämlich sogar. Scheiben wir auch wieder raus. Den sind nämlich da scheiben wir auch. Das müssen wir nur sehen, dass wir, aua, ah, vielleicht nicht irgendwo überall gegenfahren. Versuch mal noch ein paar Punkte zu sammeln. Genau so. So sammelt man Punkte übrigens. Ich hasse diesen Airwalk, weil ich den nicht einschätze. Aua, 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 alter. Gleich dreimal einfahren. Alles gut. Au. Okay, ich weiß nicht, was das war. Nein, ich hab jetzt auch nicht hingeguckt. Ich hab irgendwie nicht geguckt. Und wie gesagt, alle Dachgaps. Ich hab noch keine Ahnung, wohin noch ne Gap ist. Gap. Naja, nochmal. Hey, wir haben es nochmal abgeschlossen. Ja, haben wir den Highscore. So, das langt mir jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich nach San Francisco, oder? Mit maximalen Sets skaten. Ich switche mal, oder? Komm, wir versuchen noch einmal die Punkte hier. Hahaha, sagt er, weißt du, und fällt. Ich hab ein Wallride gemacht, alter. Die Technik, die ich am wenigsten mach. Das war doof. Gebe ich zu. Ich weiß nicht, warum er jetzt gestürzt ist. Nachdem da... Nachdem der perfekte Landung steht, stürzen wir. Mist. Wie viel brauchten wir? 100 irgendwas, ne? Oh, ich weiß nicht, warum wir da immer stürzen. Ich komm nie auf ne Reling rauf. Weiß ich nicht. Ich hab eigentlich schon losgelassen, aber irgendwie funktioniert hier gerade wieder gar nichts. Ich versuche mal hier drüber noch ein paar Punkte zu holen. Nein, wir haben... Oh man, 65.000. Ich hab... Weil wir so langsam wurden. Verdammt. Okay, das schaffen wir aber. Weil wir so langsam wurden. Verdammte Innenstadt. Hauptsache diesen blöden Airwalk, ey. Wollte die Punkte jetzt haben. Nein, warum... Ich hab mich nicht mehr weiter gedreht. Aua. Mann. Warum fahren die mich immer an? Was hab ich mir denn getan? Meiste Zeit verbringst du hier mit rumfahren. Oder stürzen. Ach komm schon. Komm, die paar kriegen wir ja wohl noch, wa? Ich weiß einfach nicht, warum ich bei sowas stürze. Ich weiß es wirklich nicht. So. Schafft. Bin ich voll zufrieden mit. So, endlich. Wir haben es geschafft. Au. Ernsthaft? Ich wollte gerade... Ist egal. Wir haben es geschafft. Das war schon wieder die falsche Taste. Ich vergesse immer... Ich werde den Handstand-Manual immer machen. Aber ich drücke immer die Kreistaste dann. Das ist so ein typischer Reflex. Wir müssen auch mal andere Dinger reinbauen. Furchtbar, was wir drinnen haben. Wirklich finde ich furchtbar, was wir drinnen haben an Fähigkeiten. So, Popcorn-Eimer. Scheiß drauf, oder? Ja, scheiß auf die Popcorn-Eimer. Niemand mag dich, Popcorn-Eimer. So, wir gehen zur Level-Auswahl. Ja, hier fehlt noch ein. Den habe ich aber auch... Den finde ich... Den habe ich nicht gefunden. Wir gehen jetzt nach San Francisco. San Francisco ist sowieso viel besser. Jetzt haben wir doch mal schnell mal die Challenges ein. Gehen damit noch ein Level-Up. Haben jede Menge Kohle. Für... Dinge. Warte mal, ich kann das mal ganz schnell. Die sehen zwar cool aus, aber, ne? Wir müssen uns da ein bisschen, ne? In die Back... Wir machen mal den hier. Okay, das ist dieser Handstand, den will ich eigentlich raushaben. Ich hätte das gerne als Grind drin, ne? Hand, Flip, Noise, Pick... Aha! Runter, hoch. Ich hätte das gerne als Grind drin, ne? Der ist doch, ne? High Flip Casper. Superman. Das hier muss auch noch raus. Die Frontflug, 900er. 9000 Punkte, also. Deswegen, und die geben einfach zu wenig Punkte hier. 360 Vertical Mac Twist. Ich habe keine Ahnung, was ein 360 Vertical Mac Twist ist, aber... Ist in Ordnung. Okay, hoch und runter dann, ja. Können wir eigentlich schon? Könnten ja sogar. Get the Bird. Keine Ahnung, was ein Ghetto Bird ist. Wir lernen jetzt auch noch ein Ghetto Bird. Okay, das ist dann mit links, rechts. Das ist daran, werde ich mich niemals erinnern. Schieße Challenges ab. Achso. Und das hier. Ja gut, das ist ja eigentlich auch ein schöner Grind, ne? Also. Und was ich noch machen will, ist der Airwolf. Ich muss den raushaben. Ich hasse den. Hier in die Nose Bomb, oder was weiß ich. Ich hasse den. Ich hasse den Airwolf. Du kannst damit nicht arbeiten. Gut, der Rest ist ja eigentlich... Eigentlich dasselbe, ne? Eigentlich ist es egal. Wir können hier noch ein paar reinmachen. Falls wir mal ganz zufällig diese Fähigkeiten machen. Okay, hier sind keine. Ich meine, ich werde nie dazu kommen, das hier tatsächlich mal zu machen. Wrap Around. Ich habe keine Ahnung. Das klingt eigentlich nicht gut. Das klingt so, als ob das echt langwierig ist. Ein Wedler. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt den Wendler mache, oder so. Ja, damit sind wir eigentlich auch echt aufgerüstet, oder? Bis dem Punkt, da haben wir keine mehr. So, wir gehen jetzt in die Straßen. Oh, guck mal hier. Wie viel brauchen wir dann noch? Vier weitere Parkziele. Das ist ja easy, wa? Polizeiautos zerstören. Sammle fünf Rettungsringe. No-Scribe über die Huber-Gab. 5-0 um den Brunnen. Keine Ahnung, was 5-0 ist. Woher dir das geheime Tape? Okay, wir gucken einfach mal in San Francisco rein. Das war auch wieder so ein sehr viel rumfahren, um irgendwo hoch aufs Dach zu kommen. Und, ne? So eine Dinger halt wieder. Aber wir schauen es mal an. Langer Ladebildscher. Ist eine große Stadt. San Francisco, groß. Von den Adventures, derzeit zerstört worden, aber ist ja egal. Sehr groß. Das war noch nie in San Francisco. So, wir sind in der Nähe. Naja. Das war in Kalifornien. Aber im Süden Kalifornien. Nicht im Norden. So, Rettungsringe sammeln. Ich weiß noch nicht, was 5-0er ist. Das geheime Tape. Ich habe keinen. Das ist der Stat-Punkt. Wir holen uns erstmal den Stat-Punkt. Hä? War der nicht hier? Du bist doof. Ich war schon da. Ist das überhaupt ein Stat-Punkt? Das war ein Rettungsring. Ist das überhaupt ein Stat-Punkt? Diesmal aber wirklich, oder? Ja, diesmal ist es wirklich ein Stat-Punkt. Ne, das ist wieder ein Rettungsring. Diese blöden Rettungsringe. Die auch sehen wie Stat-Punkte. Deswegen habe ich auch so viele. Also, Stat-Punkte, nicht Rettungsringe. Das ist btö. Ich bin eben durch. N.S. Naja. Wir wollen, ich habe nicht schon S. Wir wollen noch ein bisschen die Gegend genießen. Da ist ein Rettungsring. Jetzt sammle ich die Rettungsringe. Und? Wie läuft das so mit Rettungsringe sammeln? Super. Als, als rein. Stat-Punkt. Tatsächlich sogar. Egal, wir haben den Rettungsring. Oder Lebens-Rettungsring. Rettungsring heißt das noch. Konnten wir nicht? Ja, wir konnten. Warum bin ich hier? Das Buchstabe. Okay, ein Buchstabe interessiert mich jetzt aber gerade gar nicht. Dann gehe ich einfach wieder raus. Wir wissen, was hier ein Buchstabe ist. Aua, man, jetzt ist gut. Aua. Alter. Ich habe auch Gefühle. Auch wenn ich derzeit nur das Gefühl Hunger verspüre. So, hier konnten wir auch irgendwie hochfahren. Und ich gewiss hab nicht mehr. Wow. Episch. Ich dachte, da kommen wir irgendwie durch oder so, Mann. Entschuldigung, kurzer Panik-Moment. Okay, es ist ein sehr großes Level. Und hier, das ist ein sehr großes Level. Ich brauche keine Lip. Manual Balance brauche ich noch. Ich brauche keine. Und hier drüben.